Dieses Anabole-Fenster ist das eigentliche Anabole-Fenster. Dieses Gummibärchen-Namen-Sport ist kein Anaboles-Fenster. Das ist Bullshit. Mal abgesehen davon, wenn man das genau nimmt, bestehen Gummibärchen oft aus Industriezucker, zum großen Teil. Da ist Fructose drin. Und Fructose braucht einfach ein paar Stunden, bis es die Glykogenspeicher im Muskel füllt, weil es zuerst in die Leber geht. Ist also von der Logik schlechter, als einfach nur Reis zu essen, wenn es ein Anaboles-Fenster geben würde.